Die letzte Stunde mit Rocket League. Ab jetzt. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Was ist das denn mit Fußlehne? Da geht die meine ab. Warum fühlt sich das gerade so komisch an? Also der eine bewegt sich mega weird. Als ob er den Ball nicht richtig treffen würde. Oh guck mal jetzt ist Snipes bei denen. Wir können gar nicht verlieren. Fand ich gut. Schön. Did they? Ich Marsh das. Ich牙. Ich werde dieariski mit demaves företag. Du bist ge kediener. Du bist Zeit. Du bist sofortegend. ja ja ich auch einfach ekelhaft ja So sieht also Konzentration aus. Ach man. Oh, perfect. Hab extra gewartet. Hab ich alles durch FIFA gelernt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Jetzt. Ich hab keinen Boost. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt entschieden. Nein, ich hätte es entscheiden können. Wir haben es ja probiert. Wollte einfach nicht rein. Okay. Oh, okay. Das ist gut. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Let's go. Let's go. Oh, okay. 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 Ja, immerhin hat er es versucht. 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 Nee, auch mein Fehler. Ja, ich muss echt mal ein bisschen Torwart üben. Ja, immerhin hat er es versucht. Ja, immerhin hat er. Ja, immerhin hat er. Ja, immerhin hat er. Einfach mal den Snipes melden. Einfach so. Ein Wunder. Wir sind nicht wieder dieselben Spieler. Ja. 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 Schön, mega. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis wir nächstes Store kassieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh man. Mir geht's auch gut Bobby. Wie immer. Ja. Ja. Sehr gut. Dann habe ich die 4 Stunden Rocket League voll. Die Zeit vergeht sehr schnell, wenn man verliert. Und wahrscheinlich bin ich gleich da, wo ich angefangen habe vorhin. Ich glaube war Liga 2 oder? Ja. Ekelhaft. Einfach Ekelhaft. Und ich muss die ganze Zeit pissen. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Woran das wohl liegen mag. Oh das ist das schlimmste Frames oder? Wenn man im Kino pissen muss. So mitten im Film einfach. So mitten im Film einfach. Ich glaube aber nicht, dass es an dem Liter Cola liegt, was du gesoffen hast. Nach einer Liter Cola geht es ja auch nicht gut, glaube ich dir. Das ist doch mal ein geiles Stadion. Hatten wir das schon mal? Warum sieht das so geil aus gerade? Oder achte ich erst jetzt drauf, wie es da draußen ausschaut? Und das istっと die Sache. Da kommt ein weiteres. Das weiß ich nicht. Was ist denn das? Barselos 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 Nein, wie geht der rein? 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 Wo ist unser Mate? Ach, der ist schon abgehauen, dieses dreckige... Warum habe ich gerade Bock Fifa zu spielen und einfach kleine Kinder zu beleidigen? Jetzt spielen wir gegen ein 3er Team. Es wird halt immer besser. Wird halt immer besser hier. Okay. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Not. Oh, 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 oh. Erlöse uns Frames, erlöse uns. Erlöse uns Frames, erlöse uns. Ingenieur, danke fürs Teilen. Weiß nicht, ob das richtig ist, das Ganze hier zu teilen, aber dankeschön. Habe ich sie da gut gemacht jetzt, ne? Was ist das? 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 Ich weiß auch nicht, warum der eine Dude da mit dir einfach zum Ball rennt. Soh. schon schon die dritte runde die wir verlieren gold 2 liga 1 gold 2 liga 1 frames ich glaube wir brauchen 3er team ich glaube anders kriegen wir das hier nicht hin aber es muss halt passen die chemie muss passen man wo ist wenn man den braucht es 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 ja siehst du siehst du so ist so eine art random brauchen wir wo die chemie einfach passt wo du ist okay das mache ich jetzt er macht dann das und fertig alter bringt das mal ein random bei so Das habe ich nämlich erwartet. Aber wozu kann ich das auch? Das war's für mich, das war's für mich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber ich hätte den auch gehabt, wenn er den nicht gekriegt hätte. War zur Sicherheit da. Gut, damit kann ich leben. Alles klar. Alles klar. Ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Leute, es war Rockleague. Das war Rockleague.